Samstag, 26. September, 14 Uhr, Sportpark, Hügelberg, Fikoria, Köln, gegen SV Wiesbaden, 0 zu 2. Sebastian Moritz, Maximilian Rosmann, Sand Rafaq, Fabian Holthaus, Patrick Kurzwegitz, Heike Wunderig, Lukas Conteo, Lukas Couto, Kai Rafish, Markel Rissi, Albrecht Benyaku, Timmy Thiele, Kevin, Tim, Boss, Sascha Mockenhaupt, Florian Kachenstens, Moritz Kühn, Denis Campey, Zadastian Marfa, Adreson Chateau, Marc Lilais, Johannes Wurz, Philipp Titz, Stefan Igner, 21.37 Uhr, K-A-T-Hish.